Grüß Gott meine Lieben, jetzt ist endlich da die Crazy Cheese Summer Bag. Die ist sowas von geil, die kann ich euch wirklich nur empfehlen, dass ihr zu eurer Bestellung jetzt im Sommer die dazu ordert. Der Vorteil ist, ihr bekommt den Käse dann in der Kühltasche und ihr könnt die perfekt wiederverwenden. Das ist die perfekte Tasche zum Shoppen gehen jetzt im Sommer. Wenn ihr Eis einkauft oder Fleisch oder Käse, dann könnt ihr die wunderbar transportieren und ihr habt den Vorteil. Wie gesagt, die Tasche ist eine Kühltasche, die ist perfekt isoliert und schützt euren Einkauf. Ich zeige euch jetzt was da reinpasst. Da habe ich jetzt drinnen einen Crazy Cheese Bianco, einen Liebeskäse, einen schwarzen Diamant, einen Pesto Käse, einen Greasy Sport, einen Trüffel Käse, eine geile Nuss, einen blauen Oval, einen Lavendel Käse, einen Greasy Sport Strong, zwei Freshen Shade, das beste Schafsjoghurt, das auch als Brotaufstrich oder für den Salat verbindet werden kann und drei Flaschen Moët, imperial eisgekühlt. Und das Wichtigste, ein Backlern 500er Servetten. Das passt alles in die Tasche rein. Und wisst ihr was? Als besondere Aktion haben wir uns etwas überlegt. Und zwar jeder 100. Kunde, der online jetzt die Tasche ordert oder extra bestellt, bekommt die ganze Füllung im Wert von 400 Euro als Überraschungsgeschenk gratis dazu. Ab sofort online bestellbar, unsere Crazy Cheese Summer Bag. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Shoppen und würde mich sehr freuen, wer als erstes diese Füllung von mir gratis bekommt. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Sommer, wenn ihr Lieben. The Crazy Cheese Manufacturer. Shop now at crazycheese.com